Regionalgas, Energie mit Leistung. Regionalgas, ganz persönlich, kompetent und regional. Die Hilfsgruppe Eifel hatte auch bei dieser Oldie-Nacht 2014 organisatorisch alles wieder fest im Griff. Und das mit Unterstützung vieler ehrenamtlicher Helfer. Denn es ging ja um einen guten Zweck. Und wie viel Geld nun zusammengekommen war, das zeigen wir heute. Aber erstmal geht's um Musik. Und zwar um die Gruppe Night Fever, einer Band, die die Musik der Bee Gees perfekt nachempfindet. Ja, und dann war es soweit. Moderator Tom Sauer verkündete das Ergebnis der Aktion. So, die Kinderkrebsstation in Bonn, Konrad-Adenauer-Allee, bekommt wie jedes Jahr 32.000 Euro zur Finanzierung. 32.500 Euro zur Finanzierung der zwei Ambulanzschwestern, die bekanntermaßen betroffene Kinder und ihre Familien zu Hause betreuen. So, und wir überreichen den Scheck bitte an Professor Bode und Renate Pfeiffer. Es geht weiter, Willi. Jetzt kriegt die DKMS einen Scheck über 40.000 Euro. Und da auch noch mal ein Satz zu. Die Hilfsgruppe hat bis heute aus insgesamt neun Typerisierungsaktionen über 22.000 Menschen aus der Eifel in die weltweite Datei gebracht. Daraus sind insgesamt 280 Spender hervorgegangen, die in 34 Ländern der ganzen Welt gespendet haben. Fantastisch! Und dazu gehören jetzt Jutta Olig und Kerstin Mayer. Und jetzt haben wir noch den Chef unserer Kreissparkasse in Euskirchen dabei. Scheck 2.500 Euro und da sagt er was zu, weil es geht ums PS-Sparen, korrekt? Wir hören im Radio immer, spielen kann sich nicht machen, aber es kann auch helfen. Unsere Kunden sparen mit 10 Euro Losen, 8 Euro gehen ins Sparkonto, 2 Euro in die Lotterie und daraus können die rheinischen Sparkassen solche Dinge machen. Also, wir füllen die Kasse ein wenig auf, Sie mit Ihrem Team, tolle Arbeit, vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Der Höhepunkt des Abends, die Band The Spirit of Smokey, wäre beinahe ausgefallen. Denn der Drummer Tom Kelly war plötzlich erkrankt. Doch in der Not sprang Dirk Rosenbaum von den Fliegern ein und er machte seine Sache doch gar nicht schlecht, oder? Oh, I don't know where she's leaving, where she's gonna go Yes, she's got a reason for that, just don't wanna know Just for 24 years I've been living next door to Alice 24 years just waiting for a chance Tell her how I'm feeling, maybe in a second glance Now I gotta get used to not living next door to Alice We grew up together, two kids in the park We carved our emissions deep in the bar Oh, me and Alice Well, now she walked through the door And head held high Just for a moment I caught a ride As I think when I see the phone to snow About Alice's drive Come on I don't know why she's leaving Or where she's gonna go I guess she's got a reason But I just don't wanna know Just for 24 years I've been living next door To Alice Swimming for years Just waiting for a chance Tell her how I'm feeling Maybe in a second glance Now I gotta get used to not living next door To Alice Now I gotta get used to not living next door To Alice